I'm a cowboy und ihr seid die Stahlpferde, willkommen zurück zu The Outer Worlds. So, geht weiter hier in Edgewater mit Pavati. Ich mag sie, sie ist super. So, ich habe letztes Mal ein bisschen an den Waffen rumgeschraubt und jetzt würde ich sagen, schrauben wir noch weiter drin rum, weil ich kann noch tüfteln, ich kann noch den Schaden etwas upgraden. Hier zum Beispiel den Schaden auf 30 mit 54 Bits, hier auf 16 die Schrotflinte oder die Pistole kann ich auch noch upgraden. Soll ich das mal machen? Also wenn, dann würde ich das Jagdgewehr upgraden. Ja, 6 Schaden mehr. Peng. Kann ich nochmal, nochmal 6 Schaden mehr. Wie weit geht das denn bitte? Stufe 3, Stufe 5, Stufe 3, Stufe 1. So, Stufe 4, dass das Stufe 5 hat. Also das andere war vielleicht sogar besser. Ich habe das jetzt einfach mal zerlegt. Dummerweise vielleicht, wer weiß. Hund, wow, 84. Ja, komm, zack. Ne, komm, jetzt reicht es. Sonst geht mir das Geld aus. Wir haben noch ein paar Quests zu erledigen und zwar soll ich noch die Schuld meinen. Wow. Achso, und? Ah, gedrückt halten für holstern. Danke für den Tipp. Ich habe so einen ganz lockeren Mausfinger. Ich habe manchmal die Hand so ein bisschen sehr fest auf der Maus. Das ist ein Problem. So, das war eben Abernathy. Der ist ein bisschen bekloppt. Für den sollen wir die Medizin holen oder eben auch nicht, weil er ein Hypochonder sein soll. Äh, ja. Wir gehen mal hier. Ist das die Konservenfabrik? Ah, die Saltuna Canary. Da ist nämlich noch. Aha, da oben ist noch eine. Die Vorarbeiterin. Und die soll auch noch Schulden haben. Bei Silas. Dann sehen wir mal, wo bist du denn da? Phyllis Granger. Ja. Weißt du, Alter, nehmen an, dass ich hier nur ein einfacher Arbeiter bin. Grabgebühr. Ich bin hier, um sie einzutreiben. Oh, shit. Aha. Diese Dokumente sind nicht mit deinem Namen unterzeichnet. Oha. Äh, nett von dir. Irgendwie. Okay. Du meinst, der Typ hat sich selbst erschossen, ja? Na super, gut, dass du das sagst. Ich nutze die Dinger. Äh, muss hart sein, Familie zu verlieren. Ach, auf einmal. Hast du vorher nicht gesagt, dass du wirst deine nächste lebende Verwandte gewesen? Wow. Alter. Boah, meine Güte, Leute. Wie absurd ist das bitte? Ja, was wollen sie machen? So eine Leiche verhaften? Boah, Spacers Choice. Beste Firma, glaube ich. Er war ein Mensch und kein Gegenstand. Boah, was ein Quatsch. Aber, okay. Ich akzeptiere das mal. Ist ja nicht mein Bier. Alter. Weißt du, er bringt sich um und sie muss es bezahlen, weil sie die Nixstehende war. Also, verstehe. Ihr habt es verstanden, ne? Ja. Ich finde es nur so absurd. Ich muss mir das erstmal ein bisschen auf der Zunge zu gehen lassen. Sag mal. Die hat doch alle Vollmeise. So, warte mal. Das Gebäude, wo die Medizin sein soll, ist nicht hier. Ist Abernethy eigentlich der letzte? Äh, beiß ins Grab. Ne, äh, bis ins Grab. Treibe Ludwigs Grabgebühren ein. Ludwig ist derjenige, von denen du die Grabgebühren für sie das einredest. Wache des Landesplatzes südlich von Edgewater. Ach, da, wo ich herkomme. Sozusagen. Na gut, wir gehen erstmal zum anderen. Beziehungsweise suchen wir erstmal das Gebäude, wo wir die Medizin herbekommen. Also, die gebe ich nicht, die gebe ich nicht, Abernethy. Oh. Ah. Borst worst. It's not the worst unless it's borst worst. Ah. Oh, so, das köstlich. Nicht wirklich, oder? Ist das der Landeplatz? Oh mein Gott, war das ekelhaft eben, dieses Bild. Dieses tumorbedeckte Sch... Oh, nee, ich... Okay, lassen wir das. Haha. Oh, die ganzen Gräber hier. Ist schon ein bisschen fies. Stell dir mal vor, wenn du hier... Keine Ahnung. Was passiert eigentlich mit der Grabgebühr, wenn die nicht bezahlt wird? Werden die dann ausgebuddelt und irgendwo auf die Straße geworfen, die Toten? Also, ich finde diese Firma, das ist auf jeden Fall keine Vorzeigefirma. Da ist sogar EA besser. Also, wenn ich jetzt ernsthaft, ja? Und die haben schon einige Böcke geschossen, das glaubst du nicht. Haha. Okay, da unten... War ich auch noch nicht. Ist das die Landezone? Ah, und hier ist der Schrottplatz. Nee. Da geht's noch wieder rein in die Stadt. Wow. Aber ich find's ganz cool irgendwie, dass man nicht die ganze... Oh, 400 XP... Oha. 400 XP gibt's dafür. Ja, da ist schön. Hier draußen. weggegangen platzvorgang hat alles hier geklaut nice so jetzt kann ich mit ihm reden für snuff was sei das hat mich geschickt du schuldest ihm grabgebühren aha wovon ist alles in ordnung du denkst du wirkst verwirrt ok du bist immer noch verwirrt ich habe keine ahnung wovon du redest jetzt mal luck eyes for back up in the boss sends me one of them simple folk all right listen real close auto mechanicals creatures forged in the fires of malevolence i seen them over by the old power plant clattering about firing at the birds orchestrating their uprising when the swarms of mechanicals come clanging on over that hill where will you be cowering beneath your cot or standing shoulder to shoulder with the resistance ja natürlich wenn der widerstand seltener einstellt stehe ich bereit aha also soll ich roboter abknallen ja richtige armeen zahlen rekrutierungsgebühren was soll ich tun kann ich machen ja gut wenn ich diesen ne gut ich lass dich in frieden ja gut ich lass' dich in frieden ja gut ich lass' dich in frieden ja klar dann habe ich das schon gesehen haha der freche roboter der meinte er sucht die ladestation wenn ich ihn aufhalte dann gibt es ärger wollen wir mal sehen der war auf jeden fall ziemlich beschädigt genau was die habe ich schon mal geplündert okay die bleiben auch leer ja ich höre ihn schon was war's was kritisch genetisch plasma kose okay das war's 1700 xp sag mal was quietsche da alles hier aha das ist das ding da oben ich dachte eben schon na gut dann haben wir jetzt wahrscheinlich den vorletzten also ich meine ich habe ja die gebühr schon aber ich muss noch das gebäude ausfindig machen dieses alte gebäude wo die medizin drin sein soll ich weiß nicht wo das zeug hingekommen ist ludwig du musst dir um den speer keine sorgen mehr machen so eine art wie er abgeht cantina lavatory behind one of the toilets that's where i've kept it hidden all these years aha du hast deine geheimwaffe auf dem klo versteckt ja lavatory is the very last place mechanical has need to enter da da auch wieder recht ich sagte wenn ich sie gefunden habe ich finde es total witzig leute das spiel das macht voll spaß also die sind alle so bekloppt das ist einfach nur herrlich das ist einfach nur herrlich und ich mag die musik dass zum knacken ich dachte schon schmeiß halt mal alles weg und der ist auch noch verschlossen der mülleimer dat logic was haben wir hier darf keiner sehen ja danke hättest du aber auch hingekriegt glaube ich alles klar wunderbar ist das hier alles? ne oh ja ich liebe zeug ich liebe zeug ja ich nehme einfach alles mit ohne zu gucken was es ist ich stecke es ein ich fress alles so was ist das für ein teil? ah ein schnellreise terminal vielleicht super es ist halt einfach so befriedigend hier du kriegst so viel kram die quests sind super super angenehm die charaktere sind super abgedreht die waffen hören sich toll an also ganz ehrlich leute ich weiß ja auch nicht was mich jetzt davon abhalten würde das spiel zu spielen hätte ich nicht schon selber oder vielleicht euch das spiel über den link in der beschreibung zu kaufen nur mal so ein kleiner tipp ja hab ich ich war ich unendlich dankbar wenn ihr das über den link kauft wenn ihr es euch sowieso kaufen wollt das wäre super aha da oben flabbert da irgendwas rum du oh du die das sprungverhalten ist so ein bisschen äh brettwurm oh ja oh ne halskette uuuh die schau ich mir gleich mal ein bisschen näher an was haben die würmer hier gemacht bitte äh was ist das denn dabei heizkette oh magazin größe schock kritischer schaden was soll das nochmal rüstungsteil aufträge was kickt me gemeint aber lustig könnte sich gut in einem der crewräume der unreliable machen ah ok lustig owd fiore schmeckt nach erleuchtung ah das sind so einrichtungsgegenstände das ist ja nett halskette eine hübsche halskette für leute die auf halsketten stehen und brettwurmblut unverklumptes brettwurmblut das blut ist dickflüssig dunkel und für dich absolut so nichts zu gebrauchen halskette ja für welche auf halsketten steht was steht da noch diese halskette drückt ein klares modisches statement aus schau auf meinen hals da hängt etwas dran etwas hübsches schau es an raumschiff modell ein kleines modell eines raumschiffs dieses modell aus metall holz und einer menge stinkendem kunstharz ist perfekt für sammler und kinder die von abenteuern bei den sternen träumen träume nicht im lieferumfang enthalten ach schön ich feier es so jetzt gucken wir mal wo ist die kantina nochmal bauen sie mal da ja ne was hier alles rumliegt mensch geil das hier hab ich auch nicht geplündert doch hier aber auch keiner zu hause ist eigentlich schon ein bisschen gemein weil ich meine ein diebstahl hier zu begehen das ist doch eigentlich eine straftat an der ganzen organisation wenn ich das richtig verstehe von space as choice die ganzen bekloppten so gemischtwaren laden die kantine und da ist die werkstatt von äh dingens hier pavati äh was ist denn das wip 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 das ist irgendwelche tiere da oben die vögel vielleicht auf der leitung nee nicht wirklich ach schade dann müsste ich stehen restroom in einer toilette sagte er ne hier vielleicht oh ha oh ist das die taktische schrotflinte gewesen krass was es hier alles gibt einfach mal so zeug 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 haha ich feier es darf ich überhaupt rein oder krieg ich hier ärger ich glaub ich krieg ja bestimmt ärger oder könnt ihr mich entdecken oh sieht hat er aus wie er der wohnraum hier pseudo apfelsaft ich stelle mir da gerade vor wie jemand die anführungsstriche mit den fingern macht apfelsaft ich könnte zeug einfach mal hier alles alles einsacken ist immer schön boah wie sieht es denn hier aus die toilette meine güte guck mal den 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 alles klar oh ja wenn sie müll ist ist es kein diebstahl oder ok wir schauen mal kurz in die quest tagebücher in das quest lock ähm ja erbenerti ist derjenige dem von dem du die grabgebühren für silas antreiben sollt er fühlt sich nicht gut und ist wahrscheinlich in seinem zuhause kodex ne wo waren das soll ich nochmal mit ihm reden vielleicht ich weiß gar nicht welches gebäude das jetzt sein soll hier nein 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 immer mit der ruhe ich bin kein plünderer ja ja äh ich bin hier um die grabgebürden einzutreiben da okay äh ja wenn ich jetzt halt wüsste wo die medizin sein soll da ist nur der shop das alte gebäude so ein altes gebäude war das auf jeden fall ich gehe erstmal zu silas und gebe ihm das zurück ich dachte eigentlich das der gibt mir das erst wenn ich ihm die medizin gebe oh ein toter bewohner noch einer warum schmeißen die die ganzen leute hin beschädigter brief anna sie hat so hart gearbeitet wie sie konnte nur war das letzten endes nicht genug liebe dad oh nein das ist doch kacke und jetzt sind beide tot oh oh guck mal das ist doch blöd also man merkt schon der konzern hier der tut den menschen nichts gutes ja guck mal ich bin ja gespannt ich meine wenn die karte theoretisch so groß ist wie ja gut der ausschnitt geht nicht weiter scrollen und ich schätze mal die karte ist schon ein bisschen größer als sie jetzt den anschein macht wir müssen es halt nur erst aufdecken und dann ist sie auch besser einsichtbar einsehbar ja oh total die hat ein gutes herz ähm hey wegen der gebühren die du wolltest alles erledigt papierkram gebühren und unterschriften ich habe mir den arsch für dich aufgerissen äh toll ich habe da eher an harte währung gedacht spacer's choice ist jetzt annehmbar abernathy wollte seine krankheit verheimlichen wow er dachte du wüsstest davon oder äh ja genau deshalb hast du mich geschickt um seine schulden einzutreiben dachte ich 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 brauchte seine schulden wegen seinem namen A für abernathy er war auf der top meiner liste du siehst wow ja tschüss du bist ja ein witzbold steht da drauf Otto Chang Gesamtvermögen 5122 Bits steht das jetzt auf jedem Grabstein drauf oder was ne nicht auf jedem aber also ich erwarte ja dass auf Grabsteinen immer irgendwelche witzigen Entwicklersprüche draufstehen auch nicht über die Gräber laufen macht man nicht pietätlos Flussversteck wir gehen mal wir gehen mal da hoch aber ich mag die Musik wow unlicensed terraforming wenn man siehst du mich verkohlen gerade oh oh Auf jeden Fall ein ein eigenes geht 운� oh man wow pavadi pavadi da ist er oh die haben nicht mal Zeug dabei was du kannst du den Begleiter Zeha mal ach du elend oh ne Haut habe ich bekommen cool ok also das sind Gegner mit denen sollte man sich vorsichtig anlegen glaube ich kann ich ihr was zu essen geben vielleicht pavadi kannst du oh sie hat noch keine Vorteilspunkte und sie hat nur die schlechte Rüstung äh Techfertigkeiten plus 5 schwere Waffen Tarnungsfertigkeiten oha ich habe noch die schlechte Rüstung an ne 9 ah gut es geht schon aber da habe ich ja die Verbesserungen drin von daher alter Schwede kann ich den Helm bei ihr eigentlich dauerhaft warte mal kann ich das irgendwie ausblenden ich werde das ehrlich gesagt ein bisschen cooler äh Helm des Begleiters anzeigen nein Helm des Spielers anzeigen nein ok ich mag ihr Gesicht deswegen sieht echt sympathisch aus auch die Frisur die passt irgendwie aus ein TerrorchThr so da ist glaube ich dann das Kraftwerk das Flussversteck da waren wir ja schon meine ich schon wieder so ein Vieh Here we go! Can't get past that armor! My arm! Nice one! Au! Oh, was schmeißen die da auf mich, Summer? Sehr gut, Pavati! Eieieieiei, was ist mit den Viechern los hier? Äh, Lebensregeneration, ja. Nein! Mit F benutze ich's, okay. Ihr habt gar nichts einstecken, ihr Viecher! Wie wäre deine Haut? Achso, ich wollte ja mal lesen, was die Haut... Was da für ein Text dabei steht. Sehr, äh, die ungegärbte Haut eines Troglaus. Die vor kurzem abgezogene Haut eines Troglaus ist noch immer feucht und voller Hautparasiten. Hmm, ordentlich in einer Lederwerkstatt gegärbt könnte man daraus ein paar schicke Schuhe oder vielleicht eine Jacke machen. Das ist ja fein. Oha! Was haben wir denn hier? Das ist ja interessant. Aha, da war ich glaube ich schon mal drin. Ja, ich war hier schon mal... Okay. Von der anderen Seite war ich hier schon mal drin. Da ist auch das Flussversteck. Ach! Gelbe Schlotze, die da rauskommt. So, da war das andere Gebäude, wo ich auch schon drin war. Transporterwrack, da war ich auch schon glaube ich. Und dann hätten wir noch den verlassenen Außenposten. War es da vielleicht? Ich weiß es echt nicht, was die jetzt nochmal in der Quest gesagt haben. Oh, weil da auch immer dieser Dicke dabei ist, ne? Oh, verdammt. Wir haben es geschafft. Auf das? Auf das? Auf das? Auf das? Auf das? Auf das? Oh, verdammt! Oh, sehen die fies aus. Was ist das denn, habe ich irgendeinen Debuff drauf? Also verschwommen, oh ja, das war ein Debuff, definitiv. Was ist das denn da oben? Warte mal, das Transporterwrack, da war ich ja. Alles so bunt. Ah, das Geothermiekraftwerk. Roboterwächter MK1. Ich liebe mein Gewehr. Oh, was machst du denn hier? Aber warte, da kommst du nicht rein, glaube ich. Aha. 800. Warum gibt das so viele EP, sag mal. Ah, die Waffe zieht so. Oha. Ja, gib mal her. Oh Pavati, du bist es. Oh, keine Angst. Oh, mit der Waffe kann ich mich deutlich schlechter umdrehen, habe ich gerade gemerkt. Ist doch von der Geschwindigkeit her. Ohne Halskette. Ohne Halskette. Ohne Halskette. Müssen wir wieder zum Händler. Okay, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich schieße einfach Roboter ab. Das ist mein Hobby. Ne, komm ich lieber nochmal runter, äh raus meine ich. Ich will halt, ja wie gesagt, hier ist halt dann doch wohl die Hauptquest. Habe ich noch was an Nebenquests eigentlich? Hier eine. Stirbrobot da. Ach, für Ludwigs Geheimwaffe. Die habe ich immer noch nicht gefunden. Ah. Äh. In der Toilette der Kantine von Edgewater. Okay, dann muss ich da doch nochmal hin. Ach hier, da ist es doch. Morgen jetzt immer fort. Abernathy denkt, er würde sterben. Er benötigt eine besondere Packung Anthrozylin aus dem Versammlungszentrum von Emerald Whale. Ach, das ist hier. Na gut, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt wieder. Aber diese fiesen Plünderer, was denken die sich? Guck mal. Oh was? Schwungrad? Ich sammle einfach alles auf und guck mir später an, was das ist. Wer hat denn die abgeknallt? Ist ja interessant. Die ganzen Plünderer, alle tot. Oh. Kannst du bitte nicht vor mich laufen, Pavarti. Oh nein. Au. Uh. Das war wieder 1500 EP. Aha. Alter, was? Hat das viel? Alles einstecken? Das gibt es ja gar nicht. Das, das, also, man wird ja echt zugeworfen mit Zeug. Ich weiß, ich weiß, ich beschwer mich nicht. Das heißt, wie der Brugger beschwert sich und dann beschwert er sich, dass er nicht genug Zeug kriegt. Erst sagt er, es gibt nicht so viel und dann gibt es zu viel. Ich finde die Pistole aber auch nicht mehr so klasse wie am Anfang ehrlich gesagt. Also das hier, das Maschinengewehr oder der Sniper ist so ein bisschen geilerer. Es wackelt halt alles wie Sau. Begleitervorteile. Ah, der Begleiter ist an der Stufe aufgestiegen und kann einen neuen Vorteil erhalten. Geh auf den, auf die Begleiterseite im Register und drücke die Vorteilstaste. Ja, gleich. Boah. Ja, Party. Oh Leute, ich will immer einen Baum pflanzen und, und weiß nicht, eine Flagge hissen, wenn ich das Geräusch höre. Da werde ich direkt zum Patrioten, auch wenn ich keiner bin, kein Ami. Na ja. Oder kann Outer Vault Mensch hier. Oh, der, warte mal, ich muss mir jetzt mal echt langsam mal angucken, weil ich hier alles aufhebe gleich. Bewohner, oh, alle tot. Ja, man merkt schon, hier geht es allen ziemlich gut. Allen geht es echt gut hier. Space as Choice macht alles richtig, würde ich mal sagen. Äh, so, Gegenstandsreparatur. Oh, was? Es wird von dir erwartet, Firmenausrüstung in gutem Zustand zu halten. Einer deiner Gegenstände braucht Reparatur. Du kannst Waffen und Rüstungen an deiner Werkbank... Moment, ja. Hab schon geschnallt, aber, was ist denn kaputt? Oh, mein Jagdgewehr? Nein! Das nutze ich doch so gerne. Was haben wir denn noch? Taktische Schwurtfl... Wow! Hammer Smith! 12 mal 14, also 14 mal 12 und die macht 24 mal 8. Geil! Machen wir die mal lieber rin. Das Sturmgewehr mit 215. Leichtes Sturmgewehr, das ist aber als Stufe 1. Guck mal, das ist schon Stufe 5. Ja, dann werde ich das vielleicht mal upgraden und ist das Leichte vielleicht sogar besser als das Schwere. Oder das Normale. Besser gesagt. Der Revolver, den finde ich auch noch nicht so pralle, aber der ist auch... Ja, das ist schon Stufe 2 sogar. Ne. Einen Wurfballschläger, den werde ich sowieso kaputt machen. Die hat 4, die Rüstung. Einhandwaffen plus 5. Schlossknacken plus 5. Ja, jetzt ist halt doof. Jetzt habe ich hier schon das ganze Zeug reingesetzt. Oh Gott, sehe ich kacke aus übrigens. Merke ich gerade jetzt. So, erstmal gehen wir auf Pavati. Du kriegst... Vielleicht mal eine neue Waffe. 110 macht sie. Ach komm, du kriegst mal so ein Sturmgewehr. Steht hier, glaube ich, ein bisschen besser. Ähm, Rüstung hat sie schon. Und Verbesserung. 30 mehr Grundleben. 30 generierte Bedrohung. Also hoch oder weniger. Erhöht die Bedrohung, die dein Begleiter generiert, wenn der Gegner angreift. Was dazu führt, dass Gegner diesen Begleiter mit höherer Wahrscheinlichkeit fokussieren? Bonusunterstützung Technik. Ah, deine Technikfertigkeit wird erhöht, wenn Pavati in der Gruppe ist. Ich nehme erstmal die Bedrohung. Dann kriege ich weniger auf die Mütze. Jawoll. Auch wenn es zwar ein bisschen fies ist, aber... Dafür ist sie ja da, dass sie mir die Leute vom Hals hält. Schloss knacken. Medizin, Wissenschaft, Technik. Oh, Technik habe ich nicht sehr viel. Dialoge. Überzeugen. Verwirrendauer. Einschüchtern. Ich glaube, ich nehme halt hier alles auf Tag, oder? Ja, ich weiß. Ich mache jetzt alles, wie ich will. So einfach mal durcheinander. Ist ja auch wurscht. Ich kann es ja später wahrscheinlich wieder ändern dann. Oh, das ist sogar ein richtiger Übergang. Da muss ja einiges abgehen, hä? Wenn das ein richtiger Level-Übergang ist, muss das drinnen ein großes Gebiet sein. Oh, oh. 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 ich hoffe das weißt du ich hoffe auch hier drin gibt es eine werkbank das braucht das paar technik tool sogar geht es eigentlich auf es geht nur für mich das geht nicht für parati was haben wir hier spacer's choice aber war das leben nicht so bespuckt genau hacken 30 erste hilfe schlüsselkarte enkodieren sehr gut hacken benutzt schlüsselkarte enkodiert zurück zum stammbezeichnis protokolle eine anlage von spacer's choice geschichte der emerald whale ausstellung zusammenfassung die ausstellung geschichte von emerald whale wird nach ihrer fertigstellung die stolze geschichte unserer siedlung für die nachwelt festhalten diese zusammenstellung von erinnerungsstücken aus der gründungszeit unserer siedlung wird den harten einsatz der spacer familie in der eingangshalle des versammlungszentrums zur schau stellen im zentrum dieser ausstellung wird eine ausgestopfte mantik königin thronen die als zeichen des sieges unserer zivilisation gegen die natur die eingangshalle verschönern wird direktor pickett wo ist denn die mantik königin ich sehe da keine mantik königin oha hier kommt die freak show fische saltuna salmonide salinis wenn ozean und flüsse das herz und die adern von emerald whale sind dann sind saltuna unser höchst profitables blut diese fleischigen fische leben im ozean und wandern in der paarungszeit die flüsse empor saltuna sind was semelpaar sie sterben also nach einer einzigen fortpflanzung das ist der zeitpunkt an dem unsere verlässlichen space choice sammler ihre kadaver aufsammeln damit sie geputzt verarbeitet eingedost und direkt an eure essens tische geliefert werden esstische nicht essens tische oha das sind die trolle hier troglos diese darstellung bildet zwei mächtige troglos ab und erfordert existent extensive extensive feldforschung ich weiß irgendwie von dem wort wird aber es ist ja richtig extensiv wir bitten um einen augenblick der stille für die forscher die im namen der authentizität authentizität ihr leben gaben okay kann man machen diese viecher möter beta lupus familiaris lupus sind doch füchse ne lupus lupus sind füchse glaube ich oder möter ein beinahe wissenschaftlicher begriff für mutierte köter es gibt in ganz emerald vale zwei unterschiedliche varianten domestiziert und wild wilde möter jagen in rudeln domestizierte köder können zwar loyale begleiter sein aber der möter als solcher ist immer noch ein wildes tier und stets mit vorsicht zu behandeln demnächst mantikönigin varanus toxo der idee demnächst ergötzt euch an der groß kragigen mantikönigin die herrscherin des ihres nestes importiert von terra 1 um euch zu erregen und eure vorstellungskraft anzuheizen zu erregen ist noch gar nichts alles klar oha einfach mal alle abgemurkst wo sieht es also theoretisch für die leute bezahlen weil ich die leichen gefunden habe ja die viecher die nämlich nicht so auf die leichte schulter die sind in meinen voll wütig oh erste hilfe zimmerschlüssel das war ganz schön viel kohle da drin terminal ja nachrichten von rosenberg schlüsselkarten liebe mitarbeiter der schlüsselkarten encoder in der lobby ist wieder funktionstüchtig im idealfall sollte er nicht erneut durchbrennen und wildfremden leuten schlüsselkarten aushändigen haha sollte der encoder einen weiteren einen weiteren ausfall haben können im fall eines verlust schlüsselkarten vom direktor oder einem der angestellten im büro im zweiten stock geliehen werden ira von trammel bitte aufhören direktor pickett ich muss eine beschwerde aufgeben da der besessenheit von dieser mantikönigin verschwendet wertvolle ressourcen und hält die entwicklung der gesamten ausstellung zurück das muss sofort aufhören lamont trammel finanzbeauftragter von hunter tracker hunter und trackers limited an pickett lieber auftraggeber dieser brief bezieht sich auf deine anfrage über eine ausgewachsene mantikönigin wie du wahrscheinlich weißt haben unsere kundschafter eine wunderschöne neue art in der wildnis entdeckt wir haben auf deine zustimmung hin ein team hochspezialisierter jäger ausgesandt um sie für dich zu töten wir müssen dich bedauerlicherweise darüber informieren dass das gesamte team uns leben gekommen ist in kürze übersenden wir dir wie vertraglich vereinbart unsere rechnung für die grabgebühren der verstorbenen jäger darüber hinaus verlangen wir einen ausgleich der entstandenen kosten für beschädigte zerstörte verdaute korrodierte und oder verspeiste ausrüstung vielen dank für deine unterstützung lass mich diese gelegenheit nutzen um dir zehn prozent rabatt auf eine weitere jagdmission anzubieten wir freuen uns von dir zu hören mit freundlichen grüßen hunters und trackers limited in partnerschaft mit der wildlife eradication society die wild leben ausrottungsgesellschaft ja ist klar eine hundertprozentige tochtergesellschaft der universe defense logistics hunters und trackers limited wir bringen die der fauna halkyons die grausame realität bei wow seid ihr scheiße oh man oh taktischer körperpanzer interessant okay warum war das denn hier so verriegelt von innen auch noch hallo ich bin wieder in der lobby aha aha sehr gut da müsste die medizin ja sein oh das experimentelle zeug berge das arzneimittel hab ich was ist das alles für zeug hier mensch 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 wie gesagt ich schaue es mir dann später mal an wenn ich das alles ich höre da was rumlaufen hier ein shop ein shop was hat er denn alles guck mal dieses komische adrenalinverstärker derwisch mist ach das ist das ja oh der hat sogar noch mag energie auf plasma nahkampf und verteidigungsfertigkeiten interesting interesting aber ich kann ja auch meine ganzen blöden waffen hier mal verkaufen aber ich zerleg die glaube ich lieber so das hier aber neun rüstung neun rüstung vier rüstung es gibt immer ein zwölf was haben wir noch ganz viel zeug habe ich noch haha ihr seid so bekloppt die haben sogar einen jingle für die verkaufsautomaten also wie gesagt meine erste wahl wäre spacers toys jetzt nicht unbedingt ganz und gar nicht fisch sticks die nutzen noch voll die leute aus oh da geht es wieder raus ähm ich häng noch ein paar minütchen dran wir machen noch das gebäude hier fertig oha ich hoffe auch ja oha ist ein bisschen die wand eingefallen ohrringe die dinger sind böse also nicht immer aber sprat munition cool oh ein ding so ein altes altes schwert so ein altmodisches ok spacer's choice gibt es da etwa ein filmchen taschenuhr ich glaube gelte ist hier kein problem irgendwie da ranzukommen ist gar kein problem ach okay sogar die kill kann für das abbegleite vieh oh maschinenhandbuch band 1 maschinenbau handbuch ist das vielleicht was für meinen tech skill ich bin überrascht dass es sowas hier gibt so skill bücher vielleicht wenn es das ist überall ist hier was ne und es ist halt besser als fallout weil man kann alles brauchen so aber das war es jetzt glaube ich wir gucken mal ganz kurz noch die gegenstände durch äh waffen ja schmaffen waffen hier was haben wir denn da taschenuhr spratthaut ohrringe konzerndienstauszeichnung armreif wurfballkarte aha ne sammeln sammelkarte aber das ist alles schrott von daher ein einfaches feuerzeug schon länger in benutzung juwelenbesetzter ring gibt nur 31 mütter mütterschwanz mütterfleisch und so weiter na gut leute ich mach mal schluss hier das war es für den part wie immer danke ich euch fürs zusehen und nicht vergessen einzuschalten und liken und kommentieren auch diesen part noch wenn ihr möchtet das wird mich super freuen und natürlich motiviert mich das auch das ganze spiel noch super schnell durchzuspielen wahrscheinlich aber mit gefühl bei der sache versteht er ich renne nicht durch ich mach alles alles worauf ich lust habe danke tschüss danke tschüss danke tschüss